So Leute, wir gucken uns heute das Video von Trimix an zusammen mit Papa Platte und dem lieben Zero of Time mit ihren 40.000 Euro Opening First Edition Base Set von Pokémon. Und bevor Leute ankommen und sagen, ja du willst ja jetzt bloß Klicks auf seinen Nacken machen mit Pokémon TCG, hast du ja nicht gesehen. Ich mache schon Pokémon Openings seit Jahren, bevor es diesen großen Mega Hype gibt oder gab. Und ich mache auch schon seit Jahren Pokémon Openings für den Gate to the Games YouTube Kanal. Also von daher denke ich mal, dass ich da einiges in Ahnung habe, um das Ganze auch etwas zu bewerten. Und ich bin sehr gespannt, ich will jetzt auch gar nicht lange quatschen, wir werden einfach das Video mit euch angucken. Das geht 20 Minuten, also wir werden denke ich mal sehr, sehr viel im Video haben und wir gehen einfach mal los. Also ich kann sie schon verstehen, dass sie so gehypt sind und im Anzug das Ganze Openen, Öffnen, Unboxen, es würde mir genauso gehen. Also es ist schon richtig heftig und ich bin sehr gespannt, was sie ziehen aus dem Base Set. Videos übrigens auch als erstes in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr euch gerne nochmal unten in meine Kommentare angucken. Ich finde es einfach gerade heftig, was abgeht mit dem ganzen Pokémon TCG. Ey, wieso ist das so professionell? Wieso ist das Professionellste, was es jemals auf Max deinem Channel gab? Mit Abstand, ich kann selber nicht fassen. Was geht ab, Freunde? Alter. Krass. Alter. Ja, willkommen zum Streamen. Wir haben heute einiges vor. Ich muss sagen, ich bin ziemlich aufgeregt. Sonst bin ich von den Streams nie so aufgeregt. Aber heute mit so einem Teil hier für 40.000 Euro, das ist schon brutal. Deine hat so nach oben? Es ist jetzt schon. Und jetzt haben wir noch nicht mal was gezogen. Dario, Switch, mach uns auf die Pokémon Event 1 hier. Ey, übelgut, Mann. Senkrecht von oben. Das ist ein Style, Freunde. Okay, Qualität ist schon mal on point. Wir haben tatsächlich da auch eine Kiste vorbereitet mit den ganzen Leuten drin. Hier werden die Lose gezogen. Wir haben uns natürlich nicht alleine geholt. Wir haben super viele Streamen mit dabei, was ich sehr, sehr geil finde. Alle am Start. Als Experten haben wir Zero of Time dabei. Hi, hi. Der kennt sich komplett aus, was die Karten kosten, für was sie weggegangen sind. Und die Wahrscheinlichkeit, das ist, dass du eine gewisse Karte ziehst und so weiter. Da sind wir auf jeden Fall beim richtigen gelandet. Und den Video habt ihr alle gesehen, wie wir das Teil abgeholt haben. Ja, heftig, heftig, heftig. Also 40k ist schon... Ja, vor allen Dingen, ich bin einfach... Ich hatte einfach 40.000 Euro, wenn wir zu Hause gehen. Ich hatte nichts, was in meiner Wohnung so teuer ist. Digga, es war so weird. Ich hatte so Angst, da langer war 50k einfach, wenn wir zu Hause bar rumflogen. Hier sagt er, jetzt hat er Angst. Er hat am Anfang das Geld im Auto gelassen. Und ich meinte so, yo, vor dem Laden hier sind ultra viele Zuschauer. Bist du safe, dass die das nicht checken? Und er so, nein, nein, die kennen das Auto nicht. Die kennen das Auto nicht. Kommt er mit einem Glutat-Auto. Also ich muss sagen, ich würde ein Tragoran-Auto auch feiern. Also das sieht schon geil aus mit der Folierung und allem drum und dran. Es ist schon heftig. Mit einem Glurak-Auto mit 40.000 Euro drin. Niemand wusste, dass wir Bargeld haben. Dann dachte ich, ja, okay, Karte oder so. Also ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Wirklich? Nein, schau doch mal ab. Ja, nicht an dem Tag, aber davor. Okay, das wusste ich nicht. Ja, du? Ja, okay, dann ist es nicht gelassen. Brain. Brutal. Ist das eine? Ja. Zeig die Kamera. Okay, müssen wir uns natürlich beide wieder so angucken. Crispy Rob! Crispy Rob! Oh, shit! Der Pack hat keine Lust. Wir fangen von unten an. Man muss sagen, die zwei, die ich aufbekommen habe, so richtig geil, die waren scheiße. Die waren scheiße. Wenn die scheiße aufgehen, ist das ein gutes Zeichen für mich. Digga, die geht gar... Ey, guck mal an! Kann ich übrigens bestätigen. Irgendwie ist das wirklich so. Da ist das Glurak drin. Das ist wie in... Wenn du meinen ganzen Pack, die ich bis aufgemacht habe, sind die, die am beschissensten aufgingen. Meistens, die wären die besten Kotten gewesen. Weißt du, da musst du so AW drücken, die ganze Zeit auf Krampf, Digga, damit die Scheiße reingehen. Gute Technik, gute Technik. Hier nochmal, Glurak artwork. Sehr, sehr schön. Crispy Rob wurde mit B geschrieben auf dem Ding. Oh, wer war denn da? Der Vorspieler. Yo, wahrscheinlich ich, oder? Der gute Crispy Rob. Okay. Booster von Crispy. Holy shit! Nice. Sherlock ist nice. Sieht gut aus. Das ist geil. Das ist geil. Sherlock sieht sehr gut aus vom Centering Left to Right oben und unten. Also das ist... Die ist wirklich sehr, sehr decent. Oh, das kommt mir gleich nochmal an. Das könnte ich hin, die tendenziellen Zähne. Horn-Lio auch echt nicht geil. Rob, Lee und Horn-Lio, mega geile Kombo. Du hast jetzt beide Rob, holy shit. Ein einfacher. Oh mein Gott, sick. Bro, Shiggy und Sherlock. Ich habe selbst noch da. Das ist... Da ist nochmal ein Tod drauf. Das wäre eine Legende. All right. Good luck, bro. Ist es eine Holo oder nicht? What? Oh nein! Ja, gut. Nein, 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 nein. Schade, 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 schade. Aber er hat einen Shiggy und einen Shilok gezogen. Das Shilok sieht sehr, sehr stabil aus. Ach du Kacke. Bro, das ist krass. Hey, Shiggy, Shilok ist geil. Hey, komm. Also ich würde mich jetzt schon freuen. Shiggy, erstes Pokémon. Ich wäre jetzt schon happy. Ja, ein schlechtes Pokémon. Von Reapers, nicht zum Beispiel, ja. Congrats, buddy. Oh, hier ist sogar ein Trimax-Haar drauf. Ein Bugi, das ist geil, man. Oh, das ist extra bewertet, boah. Holy shit. Geil, man. Jetzt geht es zum Beispiel. Das bewerten, das Haar. Wie teuer ist so ein Haar von dir? Das ist schon ein bisschen. Das ist wieder die DNA, ne? Man kann sich... Man kann klonen. Ja, natürlich. Walk-out. Nee, 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 nee. Walk-out. Ich meine, man kann sich invest, man schützt sich 20 Jahre in den Trimax dran, dann kann man den irgendwann streamen lassen. Ja, okay. Und dann kommt dir dann quasi... Weißt du, das ist so ein Invest, was ich nach 20 Jahren wieder rentiert. Geil. So langsam möchte ich kommen, was stell dir vor, dieser Flor, Glurak und alle so weg. Komm, jetzt mal deine Grippe rein. Ich stehe noch sehr, sehr viele Fliege. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Okay. Und es ist... Reefed. Deins. Eigentlich deins. Ja, das... Oh mein. Er hat es mir nicht abgedrückt. Das ist mein Pack eigentlich, hier, Chad. Was ich Toni gegeben habe. Auf Nett. Okay, good luck, Toni. Boah, ich würde sich so einen Arsch beißen, Alter, wenn da jetzt scheiße drin ist, weil... Ich habe sie mehr oder weniger überredet, dass sie... Was? Ach, du wolltest deine Dinger loswerden, weil das für dich zu teuer war, ne? Nein, nein, nein. Ey, warte mal, ich muss jetzt kurz sagen. Ursprünglich war es geplant, ich 10, Kevin 10. Und er so, jo, wollen wir nicht lieber 7 machen, wollen wir nicht 6, 5. Ich könnte noch welche abgeben. Bro, okay, er macht jetzt so, Digger. Es ist halt heftig, was da gerade für Geldwerte im Umlauf sind mit Pokémon-Kotten. Das sieht immer noch aus wie mein Onkel, schaut. Oh, nice. Sehr geil, feier ich. Oh, nice. Oh, nix, nice. Weitere, dass wir heute hatten. Sick. Sauber. Pikachu? Oh, Pikachu hat mir lange nicht mehr. Also, da kann man so langsam... Oh, nein. Kevin, zieh mal besser. Zieh mal besser. Ja, ich geh im Video. Ich spüre aber ein Bolo an. Dodo ist geil. Dodo ist geil. Oh, nee. Oh, nee, Tony. Oh, nee. Oh, Digga, Tony wird mich kümmern sein. Come on, bless, 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 come on. Come on, come on. Aber ich muss echt sagen, also, Videoqualität ist echt... Gut fallen, dass sie das noch gegengeschnitten haben in den ganzen Stream und die dazugeguckt haben. Sehr, sehr gute Idee. Also, nice gemacht. Ja, das ist sehr enttäuschend. Das tut sehr weh. Oh, das ist immer noch besser als FIFA-Pack. Es war ein Trash-Pack. Es war nicht wirklich geil. Okay, Digga, ich muss auch machen. Übrigens, Leute, Pokémon-TCG ist nichts anderes als Overshootboxen, als FIFA-Packs. Es ist einfach bloß Glücksspiel. Also, belegt euch wirklich, ob ihr da gerade so viel Geld reininvestieren wollt. Und die ganzen Sachen, also bis auf die alten Sachen jetzt. Also, XY wird ja eh nicht mehr gedruckt und sowas. Die ganzen Sachen wie Farbenschock und die ganzen neuen Sets kommen alle wieder. Es ist momentan durch Corona gerade einfach bloß so, dass die Sachen weniger produziert werden. Logischerweise, alle Produktionen werden kürzenteils runtergefahren. Die Leute sind im Homeoffice, hast du nicht gesehen. Und die Sachen kommen auf jeden Fall wieder in den nächsten Monaten. Also, überlegt euch wirklich, ob ihr jetzt gerade 300, 400, 500 Euro von Display ausgeben wollt, was normalerweise 110, 120 kostet. Dass es Papa Platte und Trimax nicht bockt, weil die halt genug Geld durch ihre Streams verdienen. Ist logisch. Die haben da nicht so, sag ich mal, die Probleme damit, solche Geld zum Auszugaben. Ich überlege mir allerdings gerade auch dreimal, ob ich mir irgendwelche Sachen hole vom TCG. Dann bestelle ich sie zu Normalpreisen vor und habe dann halt das Glück, dass ich mir die Sachen halt zu normalen Preisen holen kann. Also, überlegt euch wirklich, ob ihr das Zeug gerade, ob ihr das Geld gerade in die Hand nehmen wollt, um diese wirklich sehr, sehr überteurten Sachen, muss ich so sagen, wie es ist, zu kaufen oder ob ihr einfach warten wollt. Die nächsten Monate kommen auf alle Fälle wieder die ganzen Produkte, Farben, Schock, etc. pp. in den Handel. Boah, jetzt würde ich so Trimax führen. Boah, sieben Dinger Trimax. Habe ich echt sieben? Eber sieben, ja. Amar mit rein. Boah, der ist so saftig dabei, Digga. Okay, good luck, bro. Amar, drei Booster hat er. Und heute früh war da erstmal halber Silber der Typ. Geht los mit Wartung. Übel Wack, Amar, richtig, richtig schlecht. Wartung ist mies. Rosana. Ist ne Karte. Juro. Windhauch, auch echt richtig schlecht. Ich muss aber sagen, lange war jetzt kein richtiger kranker Banger. Das könnte jetzt in diesen drei Packs passieren. Quatzel. Abra ist gut. Abra wirkt einfach so gut aus. Das ist einfach so Nostalgie. Shiggy. Shiggy. Ja. Shiggy. Shiggy ist wichtig. Ich hab gesagt, ich will Shiggy und Glumanda. Das ist auf jeden Fall das, was ich habe. Ja, fühle ich. Fühle ich. Und dann noch ein bisschen ne geile Rolle. Bisschen ne geile Rolle. Come on, dude. Das ist ne richtig gute Karte, Bro, weil ich die auch hab. Die ist mega für Wert. 10k gibt ihn. Boah, das ist super. Jetzt gibst du Geld für die Karte. Yugong, hatten wir schon mal? Oh ja, eigentlich wie ein Karte. Yugong, hatten wir schon? Das ist ne schöne Karte für mich schon. Glumanda, alter. Ey, Shiggy, Shiggy und Glumanda. Wenn jetzt noch Wiesersamen kommen würde. Mega, das wäre heftig. Drei Karte würde übel schmecken. Komm schon, bitte. Pikachu, auch so nice. Ich hab Pikachu auch gesagt. Ich hab Pikachu auch noch gesagt. Das wäre krass. Ey, komm schon, bitte. Irgendwas Fettes. Für Amar, ist es ne Holo oder nicht? Ah, scheiße, scheiße. Sieben Packs, keine Holo und ich in Folge. Und ich kack noch sieben Packs. Was ist deine Prediction? Ich hätte ein Gloer gezogen. 100% Holo. 100% Holo. 100% Holo, sag ich. Er kann nicht drei Booster und keinen Holo. Er kriegt 100% Holo. Ratio ist 1 zu 3. Ah, ein bisschen Knospis geil. Das sieht so gut aus. Das haben wir wirklich geil. Wie lange wir schon keine Holo mehr hatten, ey. Glumanda. Zeig mal, ist das geil? Senderling ist ganz rüber, der, glaub ich. Ey, mach das doch nicht so spannend, Bro. Ich kall was Hugees. Nice. Richtig geil. Ich hab wohl nur noch nie gefeiert. Doch, weiß ich nicht. Ey, no joke, eigentlich sind das aber schon ganz geile drei Packs. Ey, guck mal, welche Comments. Guck mal, was für Comments da alles drin waren. Pikachu, Dicker, Glumanda zweimal. Shiggy war einmal drin. Shilllock war, glaub ich auch. Einmal Glumanda, ja, ja. Komm schon, solange da will ich mal kommen. Try Max. Rumatra! Rumatra! Die Land, die Pizza. Boah, Digga. Alter, Rumatra. Ey, mach das Pack gescheit auf. Okay, ey, Rumatra, good luck, Bro. Yes, yes. Alter, Kuna, Kokuna. Shit, das geht für gar nichts. Kuna ist richtig schlecht. Also verrächtig. Richtig scheiße. Oh, da hat er Abra. Doch, für mich. Ist cool. Oh, ich dachte, Abro. Nebulak. Abro. Nebulak. So heiße. Militulaper. Oh, wie gesagt. Was für dieser Samen rumfällt. Der muss schon auf, wenn Scheiße zu labern. Oh, dude. Der ist fucking schief, Bro. Der ist scheiße. Ich habe eine Liste gemacht, Leute. Ich habe hier eine Liste von Sachen, die scheiße sind. Er bekommt eine Crap aus dem Attanierwald. Okay, Pikachu, geklau. Okay, let's go, let's go. Ich bin Pikachu, nehmen wir mit. Ja, Rumatra ist weg. Oh mein Gott. Nee, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter. Nidoran? Hast du das gesehen? Ja, ich... Warte, 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 warte. Oh mein Gott, Nido King. Oh, das ist nice. Das heißt, hier an der Seite, so Silverwing, ich weiß nicht, wie das liegt, also da ist dieses Polo an der Seite. Hier so. Ey, aber Nongjold, das ist auch, finde ich, für so einen Pack sehr geil. Ja, Digga, Pikachu, Nido King. Also, Polo, Nido King. Nido King, eh im Poko, man ist hier sehr nach Feier. Richtig nice. Alter, was bin ich in Schrift? Sorry, Digga. Oh, da ist das Jurak. Sorry, Digga. Was machst du denn? Sorry, Digga, ist auszusehen. Da waren doch nicht mal an der Entweise, die Bomben. Cooler. War aus Versehen natürlich. Na, hopp, Alter. Dalu-Katz. Oh, ey, ich meine, weil er das Charmix-Slam-Pack auch macht. Ich sag's dir, das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Dalu-Katz-Pack. Romart hatte auch gerade einen Zuschauerrekord von 74.000. Digga, die sahen gut ab, Mann. Al-Follow. Finde ich extrem geil. Besser als Nebulak auf jeden Fall. Feierst du das nicht ultra-hand, Kurt? Na, ist okay. Gengar ist krass. Ah, wie? Nicht die Beste an Carmen, aber... Porygon? Hatten wir auch lange nicht mehr. Oh, mach Holo. Jetzt schau ich mich, dass irgendwas Weißes am Finger... Muss ich. Okay. Onyx mit Steinwurt. Mit 10? Oha, das ist ein Fehler. Steinwurt, das ist hier für 4K. Geht jetzt, wie man das Spiel... Nebulak. Ja, ja. Oh! Nein, nein! Okay, raus hier. Raus, okay. Oh, ich bin ultra-nervös, Mann. Du bist schon durch, Digga. Du hast schon zwei Holos. Bei dir ist alles cool, Mann. Ich bin auch durch. Und es ist... Chefs-Roben! Oh, nein! Okay, Bro, CA. Good luck, good luck. Also, dir ist schon cool, das zu machen, dass alle Streamer damit zusammenlegen. Das ist schon echt nice. Ich wünsche dir so viel Glück, Bro. Weil 40K ist schon heftig. Wenn ein Süchtige was Geiles ziehen, freunde sich sogar noch mehr. Oh, Alter. Nein. Nein? Kein einziges Mal Akani. Akani einfach? Also, ich finde Akani. Nice. Das sind beides Rare in Evolution. Okay, Digga. Oh, jetzt komm schon, komm schon. Ich gönne es ihm so sehr. 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 Komm schon, Junge. Come on. Nice! Also, ich bin jetzt wegen der Freude Tragonier. Tragonier. Das ist die beste Rare in meinem Leben. Akani, Yugong, Tragonier. Ja, ja, ja. Es ist die beste Rare in meinem Leben. Die beste Non-Holo geht PSA 10600. Komm, du jetzt trotzdem, Digga. Geile Karte, geile Karte. Komm, jetzt Try Mix 7, Digga. 7! Wir sehen, war gut, dass sie Dario dabei haben. Er kennt sich halt wirklich mit dem Preis dann verdammt gut aus. Er kann halt sagen, verweist ihr weggehen. Allerdings, muss ich auch sagen, es geht ja momentan bei Pokémon viel zu viel ums Cash, was die Karten wert sind. Bei so einer Seite sehe ich es natürlich ein, aber man verliert dieses Hobby, das Karten sammelt und das Spielen so ein bisschen aus den Augen. Es wird bloß noch über Cash und Wertanlage und dies und das geredet. Ich habe hier selbst noch ungeöffnete Boxen für 2000 Euro und klar, es ist irgendwo eine Wertanlage, aber ich sammle die Boxen halt, weil es ist halt so für mich, es ist die Twenties-Box, die Generations-Box, schillernde, schillernde, blablabla und verbogenes Schicksal zweimal. Und ich sammle die Boxen halt, weil sie mir halt so Sammlerwert haben und ich habe auch haufenweise Pokémon-TG-Karten, ich habe die letztens bei G2Games alle gezeigt, meine ganzen EX, GX und V-Karten und es geht so, dass Sammeln ein bisschen verloren ist, aber bloß noch Cash, das und das und das und das und das nächste Display und wieder 300 Euro von Display ausgegeben. Finde ich schade, finde ich so ein bisschen schade. Das ist so meine Kritik, die ich gerade an die ganze Zeit habe. Ich mag es halt, dass das Pokémon-TG so einen Hype kriegt, weil es wirklich ein cooles TG ist, mit sehr, sehr schönen Karten, sehr, sehr viele und aufwendige Sachen, die sie da über die Jahre gemacht haben, mit der Full-Out-Krocken und alles drum und dran, aber es ist momentan bloß noch in Cash bemessen und das ist halt so nicht so geil für mich. Jawoll! Da ist er! Oh, jetzt geht's! Junge, let's go! Alter! Scheiße, scheiße, sieben Stück. Ich bin echt gespannt, was Schallmix jetzt zieht, ohne Mist, bei sieben Packs, das ist schon heftig. Scheiße! Oh, shit! Ey, komm, fangen wir an. Wie viele Holos haben wir schon gezogen? Sieben Packungen hintereinander. Alpollo, ich hab's gesagt, das Ding feier ich. Du bist ein bisschen am Shaken, oder? Megageil. Ne, Alpollo geht gut los, mag ich. Mach Schock! Mach Schock! Nice! Jede Karte, die ich ziehe, ist meine. Come on, come on! Die erste Karte, die ein Holo sein kann. Und? Oh, bitte, 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 bitte. Oh, ja! Alter! Guter Start, Bro! Alter, guter Start! Nice! Jetzt haben wir schon eine Holo. Ein Quapo, mega geil. Guck sie dir an. Sehr cooles Pokémon. Holo ist auch geil. Schau doch, Luca! Schau doch, Luca! Geil! Ey, ich hab sieben Stück, ich will Shiggy, Visasam, Glumanda. Und Purenta. Ne, das will ich nicht, Mann. Doch! Lern, du! Ah, auch nett. Ey, komm, ein Booster, eine Holo, alles cool. Oh, wie ist es da? Let's go! Let's go! Da ist er! Richtig geiles Outlook. Ich will alle. Ich hab sieben Packungen, Alter, es muss drin sein. Ja? Nice! Alter! Fuck! Stark! Zwei? Booster? Zwei? Booster? Ach, Schimm, es ist Luke, so in den Figern wieder Boosterpacks aufzumachen. Das ist grad so teuer. Oh, Purenta. Immer wenn Purenta kommt, ist ein Glurak nicht weit entfernt bei mir. Kapuzi, geil. Oh, zwei Mal Visasam? Alright. Oh, noch ein Dragunier. Geil! Ey, drei ultra starke Booster. Dragunier. Boah, das Sandring ist ganz nice. Ohhhh Ohhhhh Nice nice nice. Ey jetzt noch Lumanda, Digga, das hasst du alles. Lumanda, bitte. Draistwater will ich extrem fühlen, Mann. Okay, bei solchen Packs musst du auch mal zwischendurch reinsch meidän chuter. Ist einfach so. Ist einfach so. Ah Sebastian. Gott, gar daheim. Sieben Packs sind auch 7700 Euro, das ist nicht wenig Geld. Zuschauer macht�3t nicht nach, ich muss das machen. Ich muss das machen. Warum? Ich muss das machen, ich muss das machen einfach. Einer muss sich auch auffahren dafür. Ich spiele mit ihm. Kadabra, geil. Jetzt Alpollo, Kadabra und Maschok. Das ist schon mal ein gutes Trio, das ist schon da geil. Mewtwo, Alter. What the fuck. Fuck. Stark, mein Gott. Alter, Mewtwo in Holo. Scheiße. Oh, Junge, ich bin so neidisch da drauf. What the fuck, das sieht so geil aus. Das ist so geil, Mann. Können wir beide mal zeigen, das erste Mewtwo. Bro, das sieht so eins. Das rechte hab ich dreimal gezogen und hab zwei davon schon verkauft. Alter, das ist so teuer und geil und heftig, richtig heftig. Das ist geil da. Abgesehen von Nostalgia und so, aber das rechte ist krank, Digga. Das hier ist wirklich die ganze Zeit. Der guckt doch jetzt mal. Das hab ich gestern gezogen. Ey, das ist einfach ne geile Karte, Bruder, was soll man sagen? Mewtwo von Menschen gemacht, bevor es ausgebrochen ist. Da war es drin. So geil. So, bitte ein Glumanda. Ich bin Glumanda und ein Pikachu. Wenn ich schon so viele gönne, dann, ne? Oh, okay, die nehm ich aber auch mal. Nice, nice, nice. Alter. Oh mein Gott, Digga, was zieh ich denn alles? Willst du mich verarschen, Digga? Oh mein Gott, das ist so rigged. Er sagt vor allem in der Küche so, auf so, hey, alles ist legit. Hahaha, stell dir vor, deine Karten werden geriggt. Bro, jetzt zieht er hier den kompletten kranken Scheiß. Alter, Zapdos ist heftig. Wappo, YouTube, Zapdos. Das fühl ich, also Zapdos ist echt, mein liebstes legendäres Pokémon, das ist echt richtig heftig. What the fuck? Vier Holos aus sechs Packs. Die ist so geil. Ich hab schon vier fucking Holos. Vier Holos aus sieben Packs. Ich glaub, da kannst du nichts zu sagen. Ja, also, Bro, wenn du dich jetzt noch beschwerst, dass das Scheiße drauf ist, dann ist das ja so dreist. Nein, auf keinen Fall. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Er lags richtig hart rein. Alter, das Ding ist halt auch einfach, dass ich's mir gönne, weißt du, was ich meine? Ja, ich gönne es dir auch vom Herzen. Was wird noch, Lumanda? Lumanda ist der Einzelne. Dann gucken wir mal, was ich für 7700 Euro gezogen habe. Ich hab jetzt, weißt du, was ich meine? Ich hab's jetzt einfach so. Du hast richtig reingelackt. Nice. Kontext geht auf jeden Fall auch klar. Dieser Samen, nicht nur einmal, sondern zweimal. Pikachu. Dragoneer. Auch geil. Boah, das ist schön, das ist einfach meine. Noc-Chan. Quapo. Junge, 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 Dega. Und Mewtwo. Richtig heftig. Krankes Pack oder Krankier Pack. Scheiße, gut, ist das gut. So. Den haben wir als vorverletztes. Es ist? Card Buddies. Card Buddies. Die Card Buddies. Wusstest du ihn hier auch auf Twitch? Auf Twitch? Kula, 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 Kula. Das ist Eich. Das ist Eich. Das ist Eich, haben wir. Oh ne. Computersuche. Oh ne, Alter. Das ist einfach ein Computer aus 1999. Digga, ich glaube, so dachten die, dass die Computer in der Zukunft aussehen. Ja, scheiße, die Arten. Mit so einer Erhöhung, Digga. Das kommt noch aus den Zeiten, wo man den Bildschirm auf den PC gestellt hat. Das war richtig sad. Schade. Das ist echt mies, ey. Also Jungs, Shoutout geht raus. Ey, Fils Badman, Alter. Let's go. Ist das Spark? Alter, Faro als letztes, Junge. Faro als letztes. Das ist jetzt von Spark, ja? Ja, genau. Spark. Oh. Ist er kostet, nice. Geil. Hon Liu, richtig mies. Richtig schlecht. Okay, das ist ein Taube. Oh. Ja, ich bin sie wieder raus. Oh mein Gott. Ey, dafür, dass keine Holos mehr wahrscheinlich drin sind, ist ein geiles Pack. Das ist schon banger. Geiles Pack dafür, dass es keine Holos sind. Es sind wirklich zwei neue Bücher drin. Nice. Mann. Du Bro, congrats. Ja, Mann. Ja, ja, ja. Es ist keine Holos drin und es lohnt sich. Ja. Ja, war ja klar. Ich wusste, dass keine hier drin ist. Ich kann es fehlen, Leute. Wollt ihr die Karten wegpacken, oder? Kann es packen? Ja. Faro, Bruder, ich zieh dir was Geiles. Wir ziehen dieses Lua jetzt noch da drauf. Ach du Scheiße. Oh nee. Oh nee. Ist stark, ist stark. Okay, Digi, dann machen wir mal. Nidorino. Kapuzi. Nice. Aber, auch sehr süß. Das ist das letzte, was wir heute auch machen. Ja, das ist die allerletzte Karte. Kommt, eine Trainerkarte. Ivor. Oh, Fabo. Ich meine, das ist keine Trainerkarte. Man muss sagen, abgesehen von dem Dragony, ist es vermutlich auch die coolste Nore. aber es auch durchfallen, ne, Fabo. 77 Euro. Okay, ist ja neu. 77 Euro. Guck mal, da hast du von den 1.100ern. Ein Zehntel wieder. Ja, top. Ey, wir sind fertig. What the fuck? Das war ein geiler Abend, oder? Ey, es war mega gut. Es war sehr geil, Digi. Es war sehr, sehr geil. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Ey, sehr, sehr geil, Digi. Danke an alle fürs Einschalten. Es war wirklich sehr, 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 sehr nice. Mit der positiven Resonanz sind ja auch nicht gerechnet. Das kann dadurch unmöglich das letzte Mal gewesen sein. Da müssen wir uns, glaube ich, nochmal zusammensetzen, oder? Ja, machen wir. Ja, komm ich aber nicht drum rum. Das kannst du total. Das machen wir Montag. Montag 19 Uhr. 15.000 Euro. Team Rocket. Alter, was dafür geht zum Laufen? Heftig. Danke fürs Einschalten, Freunde. War wirklich übegeil. Danke an David fürs Vorbeikommen und Experte spielen. Danke für Stefan, der nichts gemacht hat, außer die ganze Zeit nur eingepackt. Ja, du hast eingepackt den Weltmeister. War nice, Digga. Holy shit. Okay, sehr nice, sehr, sehr nice. Auf jeden Fall gebt einen Daumen nach oben und ich würde mir das noch von Papa Blatter angucken, das Opening. Ja, heftig, heftig. 40.000 Euro mit Pokémonkarten ist schon... Hey, das ist jemals jemand von euch gedacht. Ich finde es richtig krass. Ich bereue es damals, dass ich keinen Display einfach mal so aufgehoben habe. Aber... Das konnte niemand wissen, dass Pokémonkarten mal so im Wert steigen. Übrigens, es wird immer gefragt, ja, sind meine Pokémonkarten was wert? Sind meine Pokémonkarten was wert? Ich kann euch den Tipp geben, wenn ihr eure Pokémonkarten nicht frisch durch den Arsch gezogen habt und die einfach scheiße aussehen und immer pflegtig behandelt habt in Höhlen, in solchen Ordnern oder in solchen Händen hier, wie hier. Das sind zum Beispiel einige Mannerkarten. Dann sind die wahrscheinlich sogar noch was wert. Also guckt mal nach, vielleicht habt ihr auf dem Dachboden irgendwo Pokémonkarten rumliegen oder im Keller. Dann packt ihr auf jeden Fall irgendwo in eure Wohnung, dass sie relativ geschützt sind von Nässe, Kälte und Hitze und vor allen Dingen Licht. Und dann werden die wahrscheinlich über die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch einiges wert werden. Auch selbst durch Neuronsets wie das hier können dann easy im Wert steigen und heftig. Also Grüße und Kuss geht raus. Nices Video. Und ich gucke mir jetzt noch die anderen Packs und Fahrplatte an. Und das natürlich auch aufnehmen. Nice. Also ich finde es wie gesagt schön, dass es so einen Hype hat. Aber ich würde mir wünschen, dass weniger das Geld im Vordergrund steht, wie viel die Karten wert sind. Gerade bei so und setze ich das deutlich ein, weil die Karten halt auch schon, die Kammelkarten verdammt viel wert sind. Aber gerade bei Neuronkarten auch mehr dieses Sammeln im Vordergrund stehen sollte, anstatt einfach auch bloß zu sagen, ja, die ist so und so viel wert im PSA 10. Genießt einfach das Hobby, Leute. Es ist so ein schönes Hobby. Ich kann es euch bloß sagen, ich habe damals mit 10 angefangen Poké und Karten zu sammeln. Ich habe jetzt vor 6 Jahren angefangen, als ich meinen YouTube-Kanal gemacht habe, wieder Poké und Karten zu sammeln. Und es ist ein schönes Hobby. Also genießt das Hobby. Und guckt nicht bloß, wie viel Cash die Karten bringen können, sondern genießt das Sammeln, genießt das Pack öffnen, weil das eine echt geile Sache ist. Und ja, das war es von mir. Ich habe übrigens noch einen Link unten in der Beschreibung zu Dario, zu Trimax und zu Papa Platte auf jeden Fall, zu dem Video. Und noch einen kleinen Rabattcode bei GetToTheGames von mir mit 5% Rabatt. Könnt ihr euch da Sachen kaufen. Also, wenn ihr Bock habt, guckt dann rein. Das war es von mir. Bis zum nächsten Mal. Hau rein und ciao.